. Dann fangen wir mit dir an, hast du gebadet? Komm mal her. Du hast gebadet? Ja. Hallo. Komm her. Guck, Diana und Vivi hier nicht. Auf Wallenhaus gehst du, ja? Bist noch ein bisschen nass, ne? So? Aber das nützt nichts, ne? So? Auch nasse Vögel müssen verreisen, ne? Aber morgen erst, ne? Alles gut? Hallo? Komm mal her. Alles gut? Nee? Da oben ist. Komm her. So. Noch mal in die Kamera gucken, ne? So. So. Noch mal in die Kamera gucken. Hallo? Hallo? So. Und der nächste? Wo ist der? Der Björn aus Wiesburg. Der Björn aus Wiesburg, ne? Der bekommt den Gelben. Wo bist du denn? Hm? Wo ist denn der Gelben? Da bin ich. So. Komm mal her. Ah. Komm mal her. Hallo. Komm her. So. Komm mal her. Da ist der Björnvogel, ne? So. Alles gut, ja? Du bist die Nummer 2, ne? Du bist die Nummer 2. So. Und dann kommt der Uwe aus Berlin. Der Uwe aus Berlin ist der nächste. So. Wo ist denn der Uwe-Vogel? So. So. So ist das nicht. So ist das nicht. So. Du hattest doch noch einen verschwisteren Schwanz. So ist ja gewachsen. So ist ja gewachsen. Komm mal her. Komm mal her. Hallo. Alter Spinner. So. So kam her. So. 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 So, so gehst du Uwe nach Berlin, ne? Alles gut? Ja. So, wollen wir mal gucken, ob wir den Nächsten aufziehen, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir den Nächsten aufziehen, ja? So. Der Viermann, Viermann nervt, ne? Der Viermann, der nervt das. Alter Viermann, sag, ne? So. Der Viermann, der nervt. Alter Viermann, ach, da bitte. Komm mal her. Komm mal her. Hallo, du bist der Nächste, ne? Komm her. Ey. Hallo. Komm. Was ist das? Musst du dich erst austoben? Komm her. Hallo. Musst du dich erst austoben, sagt er. So, wo gehst du denn hin? Wo gehst du denn hin? Zum Ralf. Machst küssen. Ja? Wie unser eigenes Urlaubsgebiet, nicht? So. Machst küssen gehst du, nicht? Zum Ralf, ja? Alles gut? So. Das war der Nächste. Dann ist das heute der Nächste. So, und dann geht's weiter mit… Jennifer aus Köln, Jennifer aus Köln, ja, wo ist der blau, der andere, ja, eine von den anderen, du bist nass, du bist auch nass, komm mal her, das ist ja gut, das ist ja gut, kann man gar nicht erkennen, so richtig jetzt, ob du das bist, ja, noch ein blauer, mal nummern, dann müssen wir mal nach der Nummer gucken, dann müssen wir mal nach der Nummer gucken, komm mal her, so, so, dann müssen wir mal nach der Nummer gucken, so, hau ab, so, ich hab ihn jetzt schon, ich hab ihn jetzt schon, ne, ich hab ihn noch gar nicht, du bist der Katzenvogel, ne, der Katzenvogel von Murnau, ne, ja, du bist der Katzenvogel von Murnau, ne, alles gut, ja, der Katzenvogel von Murnau, die Katzen, die bekommt noch den Katzen, ich hab mal her, hallo, so, du gehst auch noch zur Katzen, ne, du gehst auch noch zur Katzen nach Murnau, ne, so, du gehst da auch noch, jetzt fehlt nur die Jennifer-Vogel, ne, jetzt fehlt nur noch die Jennifer-Vogel, ne, ja, so, so, der Jennifer-Vogel, so, und der hat 313, der Jennifer-Vogel ist die 315, komm mal her, wollen wir mal gucken, was für eine Nummer du hast, ne, so, was für eine Nummer du hast, das ist er, das ist der Jennifer-Vogel 350, ne, dann haben wir sie alle zusammen, ne, so, ja, so, komm mal her, du gehst zu Jennifer, ne, ja, so, das war schon wieder, das will der Reise losgehen, ja, komm mal her, wir wollen mal gucken, hoppa, hallo, hallo, viel mal, halte ich mal ein bisschen zurück, ne, halte ich mal ein bisschen zurück, komm mal her, hm, gut ist noch da, ne, aber die wollte ich mir gar nicht zeigen, guck mal an, du wirst ja, Goldi, schau mal her, hm, da, das ist Goldi 1, den wollte ich auch nicht haben, ne, eigentlich wollte ich Goldi 2 zeigen, ne, das ist Goldi 1, ne, hm, hm, Goldi 1, du bist Goldi 1, Jetzt habe ich die Sohle, jetzt habe ich die Sohle, jetzt habe ich die Sohle, jetzt die Sohle, jetzt bleibst du noch eine Woche hier, eine Woche bleibst du noch hier, alles klar? Nächste Woche darfst du auf die Reise gehen nicht, Tohle? So, nächste Woche nicht, hier Tohle, die Eins geht, du darfst schon auf die Reise gehen nicht, Tohle? Alles gut, so, davon hast du die Nachbarn nicht, und das reicht, so, und. Vielen Dank für's Zuschauen.